Hallo liebe Freunde, willkommen hier zurück zu Minecraft. Ja, Minecraft ist nun zurück mit der aktuellen Version 1.5.1. Dazu habe ich Raze Minimap neu installiert. Dazu habe ich noch den Timber Mod weiter installiert. Und wir werden gleich mal testen, wie er so ist. Wir sind hier gerade in einer Höhle noch. Wie ihr, glaube ich, noch wisst. Und ich nehme jetzt mit Outer City auf. Dazu mache ich Aufnahmesession. Ich weiß jetzt, wie ich das alles dann machen werde. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt eventuell den Optifine Mod noch mit reinpacken soll. Ob das überhaupt alles harmoniert, weil ich habe dazu auch noch den Mod Loader installiert. Ich habe mir auch eventuell überlegt, ob ich eventuell noch den... Moment, machen wir hier mal ein bisschen lauter. Den, wie der Rest, ähm, who man's plus, Mod installiert, ähm, nimmt ein paar neue Mods, paar neue NPCs auf. Oft in der Welt zum Beispiel so, Assassini oder so, mit denen kann man dann irgendwie Frieden schließen, die kamen, so gut, das Krieg mit den Rittern. Also da gibt's Elfen, wenn man zum Beispiel jetzt hat, in einem Elf, eines Elf von, äh, ein Elf dann, äh, ein NPC tötet. Ja, also Schwein oder Kuh oder Huhn. Dann greifen die Elfen natürlich uns an, weil sie ja von, weil sie ja die Natur lieben. Alles realistisch aufgebaut, ähm, könnte ich ja mal ausprobieren, wenn ihr möchtet. Aber das, ähm, steht alles noch in eure Wahl. Also, ich werde es einfach mal probieren. Wenn's euch gefällt, könnt ihr mir gerne natürlich das in den Kommentaren schreiben. Wir werden hier jetzt erstmal nochmal ein paar Rohstoffe sammeln, weil wir hier, ähm, einfach, ja, wir müssen hier einfach noch was sammeln. Wir können ja jetzt hier ohne, also mit, mit leerer Tasche aus den Dungeon hier zurückkehren. Was mir auch natürlich, ähm, noch nicht empfohlen ist, ähm, äh, ist, dass wir natürlich noch unseren Keller machen müssen. Ich hab mir mal überlegt, ob wir den vielleicht dann so aufbauen werden, dass ich dann, ähm, mehrere Räume da reinbaue. Zum Beispiel eins für einfach unsere, ähm, Rohstoffe und was wir alles noch sammeln werden. Und, ähm, dann für unseren Zaubertisch noch irgendwie wat. Also, da lässt uns bestimmt noch irgendwas uns einfallen. Fische, äh, haben wir auch gesammelt, wenn wir vielleicht eben irgendwie so Katzen, um das so finden. So süße Katzen, aber wir haben, weiß nicht, Kies haben wir gesammelt. 43 Eisenerz, da muss schon etwas noch her, denke ich einmal. Würde ich mir mal, würde ich mal sagen, aber unsere Sachen sind bei kaputt. Okay, wir haben Eisen hier, wir haben ein Crafting-Table. Dann werden wir mal schauen, ob wir hier irgendwie, okay, Stickies haben wir, ähm, scheiße. Ähm, ich mein Scheibenkleister. So, und bauen uns hier nochmal eine schöne Eisenspitzhacke. Wie gesagt, ähm, Aufnahmesession wird es geben, so zwischen 15 und 20 Minuten, würde ich mal sagen. Und, ähm, lasst euch einfach auch was gefasst werden, das wird bestimmt so wunderbar und so richtig, oh ja, geil. Ah, geil. Das ist, das irgendwie unter diesen Fluss links. Und nach rechts führt, ähm, ich hoffe ihr hört ihn ja nicht andauernd Mausklicken, aber ist eigentlich auch relativ, ähm, so in den kleinen, weiß ich nicht, so in den dunklen, dunklen Streifen, ich glaube das wird wahrscheinlich hier, nö, kann's nicht sein, dann wird's wahrscheinlich hier nur ein bisschen tiefer sein, tiefer gehen. Okay, schau, kann man da irgendwie so durch, äh, rennen, uuuh, nein, höh, dead, ach so, die Zombies, und die Creeper sind wieder zurück, das ist doch mal schön, und zwar, Skelette, höh, weil da runter, gefallen, erzählst mir doch einfach, erzählst mir doch, Schön, dass wir auch so, ähm, schöne 30 FPS haben, das freut mich, das freut mich wirklich. Oh! Au! Okay, 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 nein! Dumm! Au! Okay, das könnte hier noch ein bisschen, äh, probleme, problematisch werden, oh, leck mir am Arsch. In der Perle! Au! Au! Und? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, kann man sich, man sich, man sich, ich liebe dich. Ah, da gibt's die Knochen, ich brauch die nämlich. Ah, da geht's weiter. Höher, höh, will höher, na wollen wir nicht hin. Aber naja, Rohstoffe natürlich alles schön einsammeln, weil, mal, da müssen wir leider das benutzen hier. mit natürlich wieder in game muss er nicht in game sondern out game musik nur hier ich werde euch wahrscheinlich dann die seite schick in die beschreibung packen da wo ich die musik er hat für diejenigen die wo auch natürlich mein kopf aufnehmen und mal so zufällig auf meinen kanal gestoßen sind und auch noch zufällig auf dieses let's play gestoßen sind kann ich natürlich für euch da mal in die beschreibung verlinken ich rede auch mal ich rede auch ein bisschen um ich soll sagen etwas lauter damit man auch wirklich meinen ganzen scheiß hören kann und nicht dass ich dann so häufig bauen ich will wieder weg hier was bist du da vorne kommt er ich jetzt irgendetwas zum schießtel schon mal dich an und die was machst du hier los jetzt weg schaust aus wie sie und die mutter die tisch aufgeteilt kam mit der fledermaus ich kann nicht wissen meint gibt her es gehört mehr okay dass um wir wollen ihn nach wir wollen nicht weiter okay eigentlich lieber schon mal dann können wir diesen Horror endlich beenden und wir müssen mal kurz essen aber kein fortes Fleisch sondern wir haben hier noch ein bisschen Brötchen da so heilen wir uns dann auch wieder ohne dass wir sterben müssen Sand okay das bedeutet schon mal hier irgendwie wo ausgegangen und wenn ich da jetzt irgendwie ne hier was macht dann wird da wahrscheinlich was runter kommen probieren wir einfach mal wasser wasser marsch ein meint stürz das geht nicht Nein! Wo sind wir? Wo sind wir? Plus 5, 4, 1 Minus 74 plus Wir kommen nicht mehr zurück Was soll ich jetzt am besten machen? Am besten, was soll ich jetzt am besten machen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh Gott Okay, das war jetzt ein richtiger Fail Plus 5, 4, 1 Minus 74, glaube ich Au! Au, danke! Au jetzt! Ah, der jetzt hat er mal aufzulecken hier Das 5, 4, 1 Minus 74, glaube ich Plus 5, 4, 1 Plus 5, 4, 1 Plus 5, 4, 1 Da entlang Irgendwie kommt mir das bekannt vor Ich glaube, da haben wir Obsidian gesammelt Hallo, Creeper Klasse! Wunderbar! Das 5, 4, 1 Minus 74, glaube ich Ja Das 5, 4, 1 Minus 74 Das freut mich ja mal wieder hier Oh mein Gott, zwei Endermänner Glück habe ich die nicht angeschaut Hero Bride Hero Bride Oh mein Gott 5, 4, 1 Minus Scheiße, ich hoffe, wir kommen hier wieder An ey Oh, ich glaube, wir sind schon bald wieder da Oh, ich hoffe, die Dinger sind nicht Scheiße, sind nicht weg Schnell, 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 schnell Okay, hier irgendwo war das, glaube ich Ich muss mich mal ein bisschen orientieren Ich glaube, da irgendwo Das 5, 4, 1 Minus 74 Irgendwo da war das Ja, da geht's rein Da geht's rein Da geht's rein Schön, schön, schön Gut Hopp rein Ich will da rein So, ich bin hier, glaube ich, richtig Oder bin ich in der falschen Zeit Und da Ich muss mal ganz kurz die Monsters ausmachen Es geht wirklich um Leben und Tod Und meine Sachen Ja, ja, ja Komm Alle lecken jetzt Komm, jetzt hoch hier Oh, die Sachen Habe ich alles Ist da irgendwie was gelandet? Ich glaube, ich habe alles Boah, Freunde Jetzt, komm So, mein Scheiß hier So, ähm Meine Rüstung Anziehen Oh, das war doch jetzt gerade so ein Scheiß Einmal, wenn man mal Spaß haben möchte Wird uns gleich wieder versaut So, also auf Anfang So Okay, ich glaube, wir essen gleich mal nochmal kurz was Aber wir haben ja auch noch Schweinefleisch da Okay, wir sind voll Jetzt müssen wir hier ganz kurz was schauen, ob das noch läuft Ja, das läuft alles noch Wunderschön So, ähm Jetzt werden wir mal ganz kurz googeln Was wir jetzt machen werden Also, ähm Die Monster werde ich jetzt halt wieder anmachen Weil ich wollte jetzt nicht da So lange krepieren Also dann nicht krepieren Wenn ich da vorstehe Wollte ich wirklich vermeiden Aber wir haben hier natürlich noch unsere Erdblöcke Lol Da könnten wir ja nicht dann in die Freiheit sausen Ich glaube, das werden wir jetzt aber auch machen Wenn wir es natürlich schaffen Freiheit Freiheit Für uns jetzt Freiheit Los, hoch Tschüss Du blöder Dungeon Oh mein Gott, schafft mich das überhaupt Yeah, wir schaffen das So Ist das schön Ja, stimmt, das ist schön Und die Sonne geht auf oder unter? Die geht auf Ja, mir dachte, so schnell kann doch Die sollen auch nicht untergehen wieder Wir sind aber auch schon weit weg hier Von unserem Haupthaus Und vom ersten Dungeon Äh, Moment Oh nee, doch Jetzt habe ich schon gemeint Das ist das normale Texture Pack ist Von Minecraft natürlich der Standard Texture Pack Aber Woll nicht so Woll nicht so Das ist gut so Das ist gut so So, wir machen uns jetzt Auf in die Heimat Da, wo wir auch natürlich hingehören Boah, das erste Mal gestorben 909 Punkte Macht das mal nach, ey Nein, Scherz, das war schon schockierend Ich weiß, das hat mir Das hat man mir gar nicht angemerkt Aber Das hat mich schon etwas verwirrt Und aufgerüstet Und das ist der gleiche Fuh Fuh Untertitelung des ZDF für funk, 2017